Das ist übrigens von uns. Das hier auch. Und das tatsächlich auch. Sag mal, was stellt ihr eigentlich nicht her? Ja, all diese Produkte hier haben eines gemeinsam. Sie kommen vom gleichen Unternehmen, nämlich Henkel. Ich wette, jeder von euch hat schon mal irgendwann irgendwo ein Produkt von Henkel benutzt. Schon irre, oder? Aber das zeigt auch gleichzeitig, wie viel Impact man als Mitarbeiter dort auf das Leben von Millionen von Menschen haben kann. Die Chancen stehen also ziemlich gut, dass du beim nächsten Besuch von Freunden auch sagen kannst.